ZWEIKAMFSOFA 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 Willkommen! Wir sind das ZWEIKAMFSOFA Wir spielen heute EDF Earth Defense Force Und wir gehen in die nächste Mission Ich bin völlig verwirrt Er ist verwirrt Das Spiel ist einfach nur Ohne Sinn und Verstand Ich will haben Ich will haben Erster Ich kann fliegen Nimm doch den anderen da Drei Max, cool Oh, wir haben ein Income Ey Du musst Usherrücken, Schatz Ja, ja, ja Äh, ja Ist das jemand von hinten? Nein, nur vorne Nee Und Kicker sollte mal langsam in das Ding einsteigen Da Rumpel, Rumpel, keine Waffen wechseln Die Spinnen sind irgendwie ekelhaft Finde ich ja so Wie schieße ich meine sekundäre Waffe? Ja Ja Ich hab nur eine Doch, doch nicht Also zwei Eins und zwei Und wie schieße ich die? Hab ich das gerade gefragt? Ja, eben Deswegen hab ich nur eine Sag ich doch Oh, da kommt was ganz großes Fuck, da kommt was ganz großes Das hat mich getroffen, Scheiße Schieße auf was anderes Nicht auf mich Wie schieße ich die zweite Waffe ab? Ja Wahrscheinlich musst du auch durchwechseln mit B Wie bei dem anderen auch Ja, dachte ich auch Aber das ist irgendwie nicht so Macht er nicht? Nee, macht er nicht Warum schießt der nur Warum kommt der nur zu mir hier? Hallo? Weil der zuerst zu mir gelaufen ist Der hat ja auch was in die Fresse gehauen Der Klopp, Sack hier Der Mistkäfer Er kann ruhig weg bleiben Nein, nicht aufsteigen Hallo, nicht aufsteigen Ich hab ihn Hab ihn So, wie wechsle ich die Waffen jetzt? Shit Huh Was war das? Komm noch so ein Ding raus Da kommt noch einer Ach nö Ach nö Der gleiche Sack Oh 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 Das sind viele auf jeden Fall wieder mal Ich schieße in die Du schieb mal davor Irgendwie muss man nie viel machen hier außer wirklich nur ballern Ballern Jaa Hier wird keine DZ gelöst Nein, es gibt auch nicht Ne, es ist aber noch nicht mal Ich brauche ne Deckung oder ich mach irgendwas Nein Du hältst einfach drauf Ich hab auch Schiebung bekommen Genau Meiner schreit gerade Jihah Oh, mein Ding ist gerade kaputt gegangen glaube ich Oh oh Du bist jetzt nackig oder was? Ja, ich hab ne lustige Waffe übrigens Oh, das sieht ja cool aus, ja Wenn die was schaffen würde Was macht Kicker denn da? Kicker macht gar nichts mehr Hau Kicker mal aus seinem Panzer da raus Der macht nämlich nichts mehr Jetzt macht Kicker doch was? Ich hab seinen Panzer jetzt Achso, Gott sei Dank Ja, der stand irgendwie nur dumm rum Ja, das kennen wir ja schon von denen Die standen ja auch nachdem man Irgendwie am Boden liegt und wiederbelebt Wer müsste stehen hier rum und gucken und sagen Oh, was war denn da? Oh, was war denn da? Oh, ja, oh, ist ja toll Wer hat mich da an den Rücken geschossen? Äh, war ich vielleicht? Ich hab dich dabei angeguckt aber Ich hab dir in die Augen geguckt und dich in den Ich danke dir, dass du da ganz romantisch mir in den Arsch popst Bitte? Ja, so hat sich das gerade angefühlt Genau, ich fühle mich total Ich hab das Haus kaputt gemacht Tut mir leid Versicherungsschaden hier Ich übernehme das Ich hab mich in Jungfahrt gefühlt hier Tut mir leid mit dem Haus Das war nicht meine Absicht Der schießt aber hinter uns Der schießt aber hinter uns Hinter uns, äh, hinter uns Hinter uns, ja Ich hab noch nicht rausgefunden, wie ich meine zweite Wache benutze Aber wie aussieht die Loch hier? Ah, mit dem anderen Dem hier Ach, nur MG, okay Wie einfach Ja Hier ist ein Wall Guck mal, schau Kann ich auch springen damit? Hab ich gerade rausgefunden, ist das nicht geil? Ja Ja, das tolle ist Ich hab natürlich Toll Jetzt sind noch keine Gegner mehr da Doch, da ist irgendwas Ein roter Punkt ist da noch Unter einem Hellspacken Du schießt auf mich Ich kann nicht mehr über diesen Hügel laufen hier, oh mein Gott So, und nun? Ja, weiß ich nicht Jetzt geh ich zu dem grünen Teil da Oh, hier, kann es schafft So, getiert So, 22, 19, 18, 10, 7, 38, 4, ich bin da Und nun? Ach, 24, was willst du denn da? Hier ist aber noch ein roter Punkt, ne? Oder? Irgendwie sieht das aus wie ein roter Punkt Wo, wo siehst du rote Punkte? Ja, auf dem Radar Da ist ein Mad-Kit auf dem Radar Und dann Darunter ist noch ein roter Punkt Wer behinder ist? Ja, irgendeiner ist da noch Aber wo? Da, da rumpelt er wieder Da, ihr guckt, da rumpelt er wieder raus Hab ihn Wenn da zwei Raketenwerfer draufschießen bleibt auch nichts über da So, wir müssen das machen jetzt hier Wahrscheinlich sind das so schnell gewesen, oder? Das Spiel braucht immer so lange, bis es schnallt Oh, die Gegner sind weg Oh, es passiert nichts mehr Wir sind einfach zu gut dafür Mach mal das Tor auf Genau Stimmt Das ist doch Und du? Ja Ja Das ist EDF Ja, man rennt so rum und wartet bis was passiert Ach, sag jetzt, 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 jetzt Ich hab's rumpeln gehört Guck Alles ist wieder voll Wahrscheinlich sind das einfach Script gesteuert Es muss einfach Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Kicker ist mir auch Wir sind alle f***ing die Nur warten wir noch mal ein bisschen Das Spiel schnallt irgendwie wieder nicht Das hatten wir schon mal irgendwie, oder? Da haben wir schon mal da gestanden und gedacht, hm So, ich geh noch mal ein bisschen wieder zurück Ich geh noch mal ein bisschen wieder zurück Heavy Contact Ich seh nicht mal ein Na, ihr seid ja auf Rumkel, rumkel, rumkel Lol Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? So, hier sind wir gestartet Toll Das waren so 20 Meter hier Das war nix Kann ich hochlaufen? Natürlich nicht Hier war mal ne Brücke Ja, lustig Ach guck mal Hier gibt es auch nen Heat Indicator Cool Jetzt kommt wieder was raus Und zu Und das war's Ja Ja Hey yo, I'm a killing machine, baby Ja, äh Ich renne dann hier mal so rum Müssen wir beide vielleicht auf das grüne Zeug hier rauf stellen? Vielleicht, keine Ahnung Jetzt kommen wir mit der Mission hier nicht weiter oder was Vielleicht müssen wir auch weiter aussteigen, kann auch sein Ich stehe jetzt hier irgendwie auf dem Boden rum Okay Hm Ja, wirklich Ja, wirklich Nicht wirklich Einsteigen Da kommen auch gleich Unsere Freunde wieder Die fliegen aber schön Huiiii Äh, ja Ne, ist äh, schön Gibt's denn die Use Match to kill all Revengers until Any Äh Ne, ne Er blinkt immer noch an den selben Punkt Irgendwie Die Mission sagt Use abusing den, äh Die Mech Um alle Hallo Revengers zu killen Ja As you fight down the canal Ja, äh Kerneliger geht's irgendwie nicht, oder? Ja, solange da immer noch welche rauskommen Da hat der gerade gegen mich geschossen hier, der Zack Scheißkiller Ähm Tjo Super, kann ich springen? Was ist denn das gelbe, ähm Ähm Sternchen der Stadt Hells? Muss das ja was anderes sein In Gelb, wo ich jetzt Ja, stimmt Da neben, da hier unten Naja, aber Hm Okay, ja Kann sein, ja So im Kanal sind wir jetzt dermaßen Die du, die du, die du Hier kommt sie wieder Rumpel, 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 rumpel Ja, super Ist das Spiel kaputt? Keine Ahnung Die Befürchtung hab ich schon ein bisschen so, ne? Also Ja, das macht so ein bisschen den Eindruck, ne? Despawn random mäßig immer wieder dann mal raus Und das war's Ey Kicker Hau auf mein Ding raus Amorboost Use Mechs to kill all Ravengers And Angels as you fight down the canal Ja Ja, mehr geht das nicht, ne? Mehr geht nicht Wollen wir jetzt mal rauslassen, oder was? Wieso sind wir so schnell damit? Wir haben das Spiel kaputt gemacht Wir haben das Spiel kaputt gemacht Ja, oder muss Gibt's irgendwo Ein Schalter, oder was Noch einen versteckten wieder, der in der Grafik hängt, oder so? Nein Das hatte man ja auch schon mal Ja, das stimmt Ihr geht einfach nicht weiter, weil irgendwie Ein Typ irgendwo noch wieder hängt Ja, aber ihr müsst ja auch noch auf der Karte dann zu sehen sein Stimmt Ich geh einfach mal rückwärts Ich geh mal den Kanal runter Ich bin auch auf dem Weg gerade Stand your ground, ja Ich wär wahrscheinlich vielleicht zurückgezappt, oder ich wär gekillt Was war das denn gerade? Da Ja, das waren die alten Das Fliegen Das Fliegen aber lustig Ja Es gibt keinen So zum Kampffeld, oder sowas Das gibt's nicht Wir haben da kein Tier, ey Komm, wir machen das Haus kaputt hier Auch auf Strafe So, das ist kaputt Oh, Mann, ey Oh, Immisible Wall Die, 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 die Oh, okay So, hier gab ich nicht raus Jetzt weißt du zumindest, wo du nicht hingehen darfst Ey, liegen hier schon Moon und Hell Spacks rum Sauber Wieso hat denn der gerufen Under Fire Wer, wer greift ihn denn an? Wo ist er überhaupt? Ja, muss er bei dir irgendwo sein Stimmt, ja Auch bei mir irgendwie rum, ne Das Haus kaputt war Ich hab das Schild vor allem ausgeschossen Kann ich den da oben auch abschießen? Guck mal, ich mach mal jetzt das Folgendes Wir machen jetzt mal die ganze Stadt klein hier, okay? Kostet mich keine Credits, oder? Du hast vom Konto abgezogen Ja, und die Versicherung, wie gesagt scheint das auch nicht zu interessieren Oh, das Schild ist wieder da Ich kann das Schild wieder abschießen Das Schild? Das Schild, da Pum, fliegt wieder vom Haus Gleich ist es wieder da Das hab ich eben schon abgeschossen Guckt man einmal nicht hin, ist das Schild wieder da Guckst du einmal nicht hin, genau Das Haus geht nicht kaputt Auf den Kack Ja, das ist ein doof, Leute Liebe EDF-Programmierer Wir kommen hier nicht weiter Es gibt nur noch eins zu tun Zerstöre die Welt Tja Tja Das ist äh Kaputt Tja nun? Normal oder was? Keine Ahnung Ja, liebe Leute, was machen wir jetzt? Votet jetzt! Ihr habt jetzt Muss man vielleicht diese Hills irgendwie zumachen wieder? Ja Ja, das Ne, das Plant Explosives Wir müssen die zumachen Nein, muss ich nicht Nein, kann ich mir nicht vorstellen Nein Wetten 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 Kraftstabletten Oh Siehste? Oh Fuck Ey, ich hasse es Toll Geil, oder? Da musst du drauf kommen Nein Es ist nicht geil Es ist deutlich nicht geil Ungeil ist das Ich fand's witzig Das sind immer so Spiele, wo du nicht genau weißt, was du machen musst Ey, danke für die Indikate, dass ich das sehen durfte, ey Oh mein, mein Tank ist gerade nicht kaputt hin Oh man, ey Oh fuck, ey Das ist witzig Du schießt auf mich, oder was? Ja Du hast meinen Tank kaputt gemacht Meiner ist auch gleich im Arsch Oh, ein großer Äh, ein böser Oh, ich schieß mal drauf Treffen wir toll Schießt du auf den Dicken, oder? Ja, ja, ich schieß auf den Dicken, ja Wenn ich treffen würde hier Dann schießt du auch vorbei, der Sack Das darf der gar nicht Oh, ich schieß auf mich Ich bin wieder böse Oh oh, er ist grantig Oh oh Hallo, wieso lebst du noch? Kann doch nicht noch leben, oder? Ja, aber Gott sei denn da draufgegangen. Hut ab. Ey, was für eine Raketenwerfer ist das so? So, machen wir die mal wieder ganz per Hand kaputt. Wo müssen wir eigentlich hin, hier? Äh, steh ich nicht hinten drauf, oder so? Lustige Waffe ist es immer nach wie vor noch. Das Schöne bei dem Charakter, den du jetzt gerade hast, der ist ziemlich mobil, ne? Der ist, ich mag den irgendwie, also... Kann doch nicht sein, dass ich ihn beherrschen würde, aber ich mag den. Er unbeherrscht... Und... So, was ist das hier? Ja, der hat so Lenkraketen irgendwie... Der hat diese komische Anreiche, das ist ganz okay. Ja, ich glaub für die Flügtnase ist das eigentlich auch ziemlich cool. Hättest du vorhin schon sagen können, oder? Jo, hätte sie tun können, aber... Ich mach mal so nen Plant da rauf. Das wäre zu einfach gewesen. Plant... Gesetz. Kicker stand genau daneben. Ist das ein Trottel? Das war ein richtiger Tunnel hier, oder? Das ist ja lustig. Sind das Raketen, die du da abschießt? Ne, irgendwie so Elektro-Blitze oder so. Ja, das sieht sehr geil aus, ja. Schafft nur nichts. Cool. Das ist total geil. Rumpel-Rumpel-Rumpel-Rumpel-Rumpel-Rumpel-Rumpel-Reload. Ich brauche meine Granate, weißt du das? Granaten wären geil. Hier so mitten rein, das wäre richtig schön. Granaten hinten rein. Jetzt kennen wir deine sexuellen Vorlieben. Meine Granate hinten rein? Ach so. Oh, ich hänge in der Grafik, ich sehe durch die Decke, das Spiel ist äh... Ist das gut? Ah, hau ab. Nein, nicht reloaden. Ah, da habe ich gerade gebissen. Au. Lustig, lustig. Ah, also es läuft so. Du musst diesen Turm kaputt machen und dann kannst du einen Plant setzen, also eine Plant setzen, Quatsch, also eine Granate setzen und dann ist das Ding für immer kaputt. Ich plante gerade, aber ich kann nicht, weil ich werde angesabbert. Ja, da muss ein bisschen... So, jetzt bin ich weg hier. Rumpel-Rumpel. Ah, cool, ich habe alle mit der Explosion von... Nein, da war ich über. Du warst nicht. Okay. Du als Flugnase bist auch ziemlich schnell, also das von links nach rechts, von nach vorne, da oben. Oh, hinter uns. Hopsa. Da war doch was. Ah, verlagen. Ja, geht so. Also dieses Fliegen geht halt echt nicht allzu lang. Das ist so der... Hä, wo ist? Erzwungenes Schweben. Ach, da oben hängt einer. Erzwungenes Schweben, wenn ihr wisst. Erzwungenes Schweben? Genau. Was haben die Schweden damit zu tun? Nicht Schweden, Schweben. Mein Gott. Erzwungene Schweden. Sind Sie ein erzwungener Schwede? Ja. Äh, wo muss ich hin? Oh, cool. Ich habe eine neue Wegrollgeschichte gefunden. Das gefällt. Wegrollgeschichte. Ja, wenn ich fliege und gleichzeitig Speed zur Seite mache, dann mache ich so eine Flugrolle. Ist cool. Damit kriegt mich keiner. Aha. Ich habe so eine Bauchrolle, aber das ist was anderes. Eine Bauchrolle? Die hast du am Bauch. Ja, das ist was anderes. Das stimmt. Meine Güte. Geht hier wieder was ab. Ich plante. Da ist ein Fragezeichen. Ich plante. Ich habe geplantet. Ich bin der Planter. Plie, bla, plant. Sozusagen der Planters Punch unter den Plantern. Wenn du weißt, was ich meine. Oh, guck mal. Ich sehe wieder den Himmel. Ich sehe den Sternenhimmel. Ich würde sagen, das ist ein Splitting, äh, Clipping Arrow. Was schießt denn hier? Warum lädt der nicht, die Sau? Danke. Platz. Da. Wir müssen aus dem Tunnel raus. Da vorne ist das Zeichen. Ja, ja, ja. So. Ich renne den Wolf hier. Eine alte Flugnase ist doch kein D-Zug hier. Wo ist der Sack? Woher? Da sind irgendwie rote Punkte hinter, überall vor uns. Ja, ich habe auch nicht rausgecheckt, was das hier bedeuten soll. So, was ist hier los? Hi Leute! Oh, ist mal eine Granate, die ich mal brauchen könnte. Rumpel. Rumpel. Uh. Hi Jungs. Boah, ey Alter, wie viel sind denn das? Äh, einige. Sind die davon ausgegangen, dass man hier noch den, äh, diesen Mech hatte oder was? Schießt du auf mich? Ich merke das. Ich versuchte dich davon abzuhalten, das Hellskid zu nehmen. Haha, du hast auf mich geschossen, heißt das. Haha, sag einfach. Ja. Nein, ich habe die Erklärung abgegeben dafür. Ich wollte es nicht wissen, ey. Aber ich. Hallo, Reloader mal, du alte Säger. Jawoll, ein super Reload. So, und nun? Da ist auch einer. Da oben irgendwo? Bei dir? E-D-F! 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 In der Brücke sind wir schon mal, und du? Da ist wieder so ein komischer... Das Haus ist vielleicht auch schon mal ein Weg, das ist cool. Indem wir Metze in der Brücke schützen, na du? Ey, wenn du den Typen, der mich bespritzt, killen würdest, aber nicht nur durch... Danke. Nicht nur die Gegend angucken würdest, wäre das einfacher. Aber okay, ich hab's geschafft. Warst du nicht? Ja, ich dachte... Sag vorher gescheitern, was du tun willst. Ich dachte nicht, dass du dir irgendwie die Gegend anguckst. Ich guck mir nicht die Gegend an, ich töte massenhaft Leute. Du hast, als ich auf deinen Screen guckte, hast du da irgendwelche Gegenden angeguckt. Ja, das war alles. Zwischen Gegend und meiner Kanone waren auch Gegner. Ach was. Da. Dicker. Ey, was war das? Hat er mich angebumst? Weg damit. Ey, geh weg! Sie porten uns? Wo ist der Support? Ah, lecker, lecker, lecker. Wir müssen irgendwie zum gelben Punkt, glaub ich, ne? Wespen. Wow, pssst. Aber jetzt hab ich mein... Ich such mir die Ziele automatisch aus Flugabschussteilgerät hier. Und ey, diese Ticker gehen mir auf. Die sind richtig scheiße. Und diese Dinger, die mich anspringen, auch. Ja, die Westen sind irgendwie unkaputtbar, kann das sein? Ah, Ticker in meinen Rücken. Platze. Au, ich bin, äh, tot. Wo bist du? Wo ich tot bin? Was weiß denn ich? Äh, äh, da hinten. Ah, der Kicker holt den Ficker hier. Ja, komm. Äh, den Zorki wird wieder zurück. Äh, geht kaputt. Und Raumschiff ist auch da. Yeah, endlich wieder. Also wenn ich fliege danach, bin ich total im Arsch und kann erstmal nix machen. Ist total geil, äh. Boah, ey, was für ein Gemetzel. Ich hab noch nie den Westen runtergeholt. Jetzt! Ich schaue. Wahrscheinlich eine Hilfe von dir. Flugspindel, Achtung. Mein Baum sehen die Außerirdischen genauso aus wie unsere Insekten. Die haben einfach die Form angenommen, damit wir sie irgendwie... Freundlicher finden? Genau. Ach, wir müssen hier so ein großes Raumschiff kaputt machen. Siehst du das? Jawohl. Das ist unser... Ach, wir müssen übrigens... Er könnte auch reloaden, aber er tut's nicht. Wir müssen auch ganz woanders setzen. Wir fangen gerade auf, ne? Folgst du mir? Nein, ich versuche gerade die Wespe, die mir am Arsch klebt, irgendwie loszuwerden. Die folgen ja sowieso alle. Die rennen alle sowieso hinterher. Ein Zivilist ist ja geil. Lange nicht mehr gesehen, sowas. Was ist denn hier? Ein Voltagewerk? Hi Joks. Wer hat das Haus kaputt gemacht? Ich nicht. Jetzt rumpelt irgendwas hier gerade kaputt. Was ist das hier? Alter, was ist das denn? Der Gewetzel. Ach, wir müssen das Raumschiff auch immer noch kaputt machen, wenn wir da rein. Der Reise war eingefallen. Ah! Was willst du? Wobe Wespe, du! Der sieht's tough, ne? Kann das sein? Ja, irgendwie. Vier Schuss von meiner... Aua! Die Spinnen, die mich anspringen, gehen mir auch offen zu hören, ja. Boah, wenn ich zu lange fliege, dann bin ich jetzt mal völlig am Arsch. Hast du das vorher nicht schon mal gesehen? Ja, das ist doch immer noch so. Also. Das ist gut, dass meine Lenkraketen sind für diese Fluglase. Ich schieße nur in die Luft, dann folgen die denen einfacher und machen die kaputt. Du rennst schon wieder und guckst dir Gegend an. Das sehe ich doch. Du machst Sightseeing. Ich stehe hier rum und... Du machst Sightseeing. Genau, du stehst da rum und machst Sightseeing. Ich schieße auf den, ja. Guck. Ich mach das auf jeden Fall. Ich mach das. Ich schaff das. Ich schaff das. Wo ist das Auto kommen jetzt? Zu mir geflogen oder was? Aha. Ami. Haha. Hm. Ja, irgendwie warte ich darauf, dass er zuletzt mal seine Klappen da öffnet. Aber irgendwie macht er das nicht. Jetzt. Und aufhalten. Ich hab natürlich grad erst mal wieder nix da. Äh, meine Flugaketen schießt woanders hin. Wie wollen er die, die kleinen Flugnasen da haben? Das ist so, dass er ja auch noch Flugnasen rausspuckt dabei. Das ist ja total nervig. Ja, die hab ich aber. Meine Ziel-Such-Flug-Teil-Nasen-Geräte hier, die schießen automatisch auf das Ding. Wie heißt... Ziel-Flug-Teil-Nasen-Geräte. Ja. Oder Nasen-Ziel-Flug-Teil-Geräte. Oder Gerät-Ziel-Flug-Teil. Ja, schon klar. Über mir. Da ist er. Irgendwo sind noch ein paar. Da hinten. Jetzt. Nee. Shit. Jetzt. Nee. Nee. Da tust du nicht. Nee, da tust du nicht. Das kommt bei mir nicht. Nee, da seh ich ja bei mir. Es wär so eine Wand, wo du gegen schießt. Also, das hat dann maximal... Reichweite dann geschossen. Das ist ja doof. Ja, glaub ich auch. Dann nehm ich die fliegenden Teile hier vom Memmel. Das krieg ich hin. Halte einfach in die Luft und meine Raketen fliegen automatisch. Das ist sehr geil. Das mag ich. Alle weg. Das geht. Ja, dann hab ich keine Wache für das Teil. Für das große. Wie, deine Raketen doch? Nein, die fliegen den anderen Flug-Nasen hinterher, die er ausspuckt. Die schießen da nicht rein. Ja, das ist doch doch doof, ja. Ich schieß nach oben und flieg' auch über den anderen Fluglashen hinterher. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Ja, siehst du das? Das kommt nicht an. Weiß man nicht. Man weiß es nicht. Ah, verladen. Scheiße. Klack. Ah, wie der verladet. Das ist auch total fies gemacht. Wow. Ja. Genau. Hab ich auch gerade gesagt. Geh weg. Er schießt. So, eine ganz ruhige Phase jetzt so, ne? Total ruhig. Mach auf die Schotten. Ey. Stört dich das? Das zieht mir Armour weg. Lalalala. Probier's wenigstens nochmal. Wie will die Raketen nehmen? Geht doch. Ja. Verheiß dein Vergis. Du hast recht. So. E-D-F. Ja, ja, genau. E-D-F. Wie geht's? Dann schieß ich die letzten Flugnasen ab und dann das... Move to the Extraction Point! E-D-F. 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 Also es ist wirklich sinnloses Geballer. Das kommt dazu. Ich versuche immer noch so den künstlerischen Anspruch da. Aber... Nö. Ups, was war das? Scheiße. Warst du das? Ne, ich war es nicht. Wie laut gebumst. Zivilisten. Ohne Zivilisten. Was kostet mich das? Ja. Unverstürbare zu wissen. Nö. Wait for orders. Wait for fucking orders. Hey. E-D-F. E-D-F. Gegen Ameisen und Spinnen. Eigentlich... War das gar kein Erfahrungspotetip. Ihr fehlt mir noch so ein Fitzelchen von Zitrone, bis ich das nächste... Aaaaah. Was? Fitzelchen von Zitrone? Fitzelchen von Zitrone fehlt mir. Genau. Mir fehlt ein Fitzelchen von Zitrone zum Schild. Fug. Da. Fehlt mir... Hier, guck. Fehlt mir ein Fitzelchen von Zitrone. Du bist auch... Du bist Rang 2, ich bin Rang 2. Shit is. Ich bin Zweier als du, würde ich sagen. Also, ich schnall das Spiel immer noch nicht so wirklich. So. Das war hier da beim Ohr. Ach, ein Ohr abschalten. Jetzt kommt The Daddy. The Daddy? Sag Sugar Daddy zu mir. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Abo, alles... Und tits. Ja.